Wer in Duisburg-Hochfeld wohnt, gehört nicht gerade zu den Gewinnern der Gesellschaft. Dem einstigen Arbeiterstadtteil droht die schleichende Verwahrlosung. Leerstehende Wohnungen, Armut und Müll. Bezirksbeamte der Polizei auf ihrer täglichen Patrouille. Zumindest im Kampf gegen die Müllberge scheinen die Beamten unterliegen. Seit heute Nacht. Seit heute Nacht. Ja, gestern war hier nichts. Wer hat das in der Inkelecht? Neben dem Müll treffen die Beamten immer wieder auf blinge Zerstörungswut. Hier fehlt einfach die Scheibe, die Eingangstür und die muss ersetzt werden. Dafür ist natürlich der Hauseigentümer verantwortlich. Kommt oft vor, dass auch besonders Haustüren offen stehen, wo jeder rein und raus gehen kann. Das passiert oft. Seit der EU-Osterweiterung gibt es eine Armutswanderung von Menschen aus Rumänien und Bulgarien ins Ruhrgebiet. Viele von ihnen sind nach Hochfeld gezogen. Das Verständnis der Deutschen hält sich in Grenzen. Also da frei, ne? Leer. Es ist schlimm. Schlimm geworden. So ein Dreck und Müll, wie hier immer liegt, kennen wir nicht, wir Deutschen. Ja, die sind ja die meisten Deutschen ausgezogen. Vor allen Dingen die mit Kindern. Und fast jeden Tag kommen die von der Stadt, machen sie sauber. Ich verstehe nicht, die sehen doch, dass sauber gemacht wird. Warum werfen die jeden Tag ihren Müll wieder hier hin? Wohnt so ein Stadtteil auch zu kippen? Ganz klar. Das ist das Problem, was wir hier haben. Was passiert da? Da kann ich nichts zu sagen. Das weiß ich nicht. Muss man abwachen. Ich weiß das wirklich nicht. Was ist denn das Gefühl für Sie als Beamter dann hier gegen Windbühlen zu kämpfen? Was das für ein Gefühl ist? Irgendwann gibt man mal auf. Weil das ganze Engagement bringt einem halt nichts im Endeffekt. Im bürgerlichen Stadtteil Rheinhausen zeigt sich das Ausmaß der unkontrollierten Zuwanderung. Das Hochhaus in den Peschen ist in Duisburg zum Synonym für eine schleichende Verelendung geworden. Seit vor Monaten mehr als 150 Sinti und Roma aus Bulgarien und Rumänien in die 24 Wohnungen eingezogen sind, kommt es hier immer wieder zu Konflikten mit Anwohnern und den Ordnungsbehörden. Versuch einer Nachfrage. Verschwinden Sie hier. Sie bekommen Ärger. Ich sage es Ihnen ehrlich. Hauen Sie ab und fertig. Wir können gern zur Polizei gehen. Hauen Sie ab. Wir sprechen nicht mit Ihnen. Wir möchten wissen, warum Sie aus Rumänien nach Deutschland gekommen sind. Haben Sie Arbeit? Wir haben Arbeit. Es gibt genug Arbeit hier. Können Sie damit Ihre Familie ernähren? Ja, sicher. Besser als in Rumänien. Alles scheint für die Zuwanderer besser zu sein als das Leben in der Heimat. Doch der Armutstreck aus dem Osten stößt bei den Nachbarn des Hochhauses auf wenig Gegenliebe. Rentnerin Karin Heimann hat nur noch geringes Vertrauen in die Politik. Was ich da erinnern muss, dass die Leute einfach, dann sollen sie die Leute woanders hinsetzen, aber nicht hier bei uns. Aber wie gesagt, es kommen ja so viele, die gehen ja jetzt schon nach Neuss und was weiß ich, wo überall hin, kommt ja immer wieder Neuss. Und wenn man sagt, die sind zu arm, die fahren alle dicke Autos, haben alle ein Handy, was wollen sie noch mehr. Rosi, komm! Marlene Bootke wohnt seit 20 Jahren in den Peschen. Ihre Freundin Rosi Rohnhild seit vier Jahren. In zwei Wochen ziehen beide Frauen aus. Mit den neuen Bewohnern unter einem Dach zu leben, das können sich die beiden Frauen nicht mehr vorstellen. 150 Mal rückte die Polizei in diesem Jahr an, meistens wegen Ruhestörung. Die hat die Musik, volle Pullen, jeden Tag ist das Ordnungsamt da. Ja, ne? Ja, alles gut. Wird doch nicht weggemacht. Wir machen das auch nicht mehr weg. Da, Nahmalage. Da müssen Sie nicht hier reinkönnen. Ist das schon mal eingebrochen worden? Bei ihr. Bei ihr sind Sie schon reingegangen. Ja. Nachts. Nachts. Was ist das? Elektroschocker. Brauchen Sie ihn hier? Ja, wir haben Angst. Wir haben einfach Angst, hören Sie mal. Ich hab für Versprechen. Und Sie auch schon mal eingesetzt? Einmal, ja. Warum? Weil das Mädchen hier oben ist teamig, teamig und frech. Und da hab ich mal gesprüht. Aber von Weitem halt, ne? Als Warnung. Inzwischen sind 379 Strafverfahren gegen die Bewohner aus dem Hochhaus eingeleitet worden. Die meisten davon wegen Diebstahls. Ja, da treffen natürlich zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander. Das muss man klar sagen. Das merkt man auch bei diesen Ruhestörungsgeschichten schon. Und ansonsten sind die Menschen hier natürlich aus noch viel schlechteren Verhältnissen hingekommen. Und fühlen sich hier so ein bisschen wie im Paradies. Und so den Unterschied zwischen mein und dein hat man so den Eindruck, der ist bei vielen noch nicht so vorhanden. Und da müssen wir natürlich sehen, dass wir alles das, was wir an rechtlichen Möglichkeiten haben, ausschöpfen. Dass teilweise die Mieter an einer gewissen Verwahrlosung die Schuld tragen, lässt sich ebenso wenig verleugnen wie die Tatsache, dass es vielen Eigentümern offenbar egal ist, in welchem Zustand sie ihre Wohnungen vermieten. Die Bulgarin Drinja Asanova arbeitet für 30 Euro am Tag in einem Café. Zu wenig für eine Renovierung. Guck mal, immer spezielle Wohnung, immer zwei Tatschen, immer Duschen und dann viel Wasser. Und dann immer 1,5 Prozent. Was zahlen Sie für die Wohnung? Wie viel Euro? 300. Strom, Wasser, alles. Die wenigsten Zuwanderer sind gemeldet. Und wenn, ist auch dann eine postalische Zustellung kaum möglich. Verzweifelter Einsatz eines Briefträgers. Wissen Sie überhaupt, wo Sie die Post reintun müssen? Na, natürlich. Das, was dran steht, tue ich rein. Und was nicht dran steht, das schicke ich halt zurück. Geht ja nicht viel dran. Nee. Überall noch den Meister. Immerhin, der gute Wille ist da. Der Rest ist Glücksache. Ich warte seit drei Monaten auf meine Post. Wie lange wohnen Sie schon hier? Seit sechs Monaten. Was arbeiten Sie? In einem Blumenladen. Und ich trage Zeitungen aus. Außerdem hat man uns gesagt, dass der Staat hilft. Bekommen Sie Kindergeld? Nein, aber ich habe welches beantragt. Mittlerweile hat sich um das Hochhaus in den Peschen die Stimmung gegen die Zuwanderer bedenklich aufgeheizt. Eine Bürgerinitiative von Anwohnern auf Besichtigungstour. Da ist sie noch sauber geworden. Die schmeißt alles runter. Alles schmeißt runter. Man traut sich, keine mehr rauszugehen. Mir tun leid, die Kinder oder die Menschen, aber so läuft die nicht. Kunde mich ja wie aussieht. Auch eine Landtagsabgeordnete der CDU erscheint. Nach einer kleinen Anfrage im Parlament lässt die Politikerin keinen Zweifel an ihren Absichten. Die Situation ist eigentlich so, dass man nur sagen kann, man muss direkt eingreifen. Und ich habe gesagt, das kann nur Polizei und Stadt Duisburg mit einer ganz besonders konzertierten Aktion mit Ihnen zusammen in Angriff nehmen. Ich würde ein großes Brett vor die Tür nageln, die alle rausholen. Zu Ende aus. Das geht so nicht mehr weiter. Ich wohne hier 18 Jahre. Hier schräg gegenüber. Ich habe hier sehr schön gewohnt. Wir haben eine tolle Nachbarschaft hier. Wir haben uns freigefühlt. Wir sind total eingezwängt jetzt. Ich habe aufgegeben. Ich will nicht mehr. Nach 18 Jahren werde ich meinen Koffer packen. Dann verlagert sich der Protest von unten in die zweite Etage. Vom Balkon regnet es Wasser. Ein Zauber! Jetzt mal die Polizei, verdammte Sauerei, doch. Mit dem Wasser haben wir uns verschmissen. Verdammt noch mal und zugenäht. Wo leben wir denn eigentlich hier? Nach einer Viertelstunde kommt die Polizei, alarmiert von den Protestlern am Boden. Einsätze dieser Art gehören mittlerweile zur Tagesordnung, inklusive Rechtsberatung. Ich habe jetzt ja einen Elektroschocker, ne? Ja, ich will nur sagen, den habe ich jetzt. Wenn die mich jetzt mal anpacken, darf ich den benutzen? Nein. Darf ich nicht benutzen? Rufen Sie die Polizei, gehen Sie weg. Ich weiß, dass die Nerven blank liegen. Die liegen bei uns auch blank. Das kann ich mir vorstellen. Also wir fühlen uns auch noch so ein bisschen hier alleingelassen, weil Sie sehen ja selber, dass wir mit dem Kräfteansatz hier nicht mehr klarkommen. Der hat quasi auch einen Dauerabend hier, ne? Das macht sie, aber es wird mittlerweile so viel und ist so umfangreich, dass wir Schwierigkeiten kriegen. Ab 2014 dürfen Bulgarien und Rumänen in Deutschland legal arbeiten. Dazu gehört auch das Recht auf Sozialleistungen. Zuruf von der bothering machen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018